...wollte ich vielleicht auch... Stimmt, Torches auf meinem Dach platzieren. Äh... Da sind die. Ja. Ich muss mich erstmal ins Texture Pack gewöhnen. Denn... Das ist etwas anders als das Normale. Hä? Zombies tyrannisieren uns. Das ist nicht gut. Seeds. Okay, ich hab Seeds. Oh mein Gott. Ich muss unbedingt den Ton noch leiser stellen. Denn das geht gar nicht. Oh, Scheiße. Das war ein Fehler. Wow. Aua. So richtig... Agro Mini Zombie. Was wollen die denn? So. Was hab ich schon alles? Rotten Flash. Ja, kann man nur Notfall... Im Notfall essen. Ähm... Was ich mir als erstes machen wollte, war... Eine Turtle. Eine Mining Turtle. Sollte man dringend gebrauchen. Oder als allererstes hätte ich gerne ein Bett. Allerdings weiß ich nicht, wo ich das herbekomme. Und... Genau. Ich wollte mal gucken, wie die... Ob das irgendwie anders ist als im Normalen. Nein. Nur die Wolle sieht anders aus. Gut. Ähm... Gut, gut, gut. Jetpack vielleicht. Nur so als Zwischen... Äh... Sachen da wollen. Da will ich etwa hin. Advanced Iron Chasing. Okay, also das ist etwas anders. Das ist das normale Gut. Ähm... Da unten steht auch mein Hut. Äh... Das... Der Zustand meines Schwertes. Das ist ja mal... Herz aller Liebst. Boah, was wollte ich jetzt machen? Was wollte ich jetzt machen? Turtle... Bat... Genau. Boah, yeah. Ich um meinen Kopf... Das geht gar nicht. Genau, wie wäre es, wenn ich die Pickaxe auswähle? Und dann gehe ich schon mal... Oh. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Gar nicht gut. Ganz schlechte Idee. Ganz schlechte Idee. Zurück, 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 zurück. Äh... Äh... So. Und hier hoch. Ähm... Oh. Das kann ich jetzt natürlich nicht... Ausbessern. Aber... Komm, provisorisch geht das so. Was? Schön, die warten auf mich. Ah ja, ich wollte mir... Auf meiner Map einen Punkt einrichten. Ich weiß jetzt allerdings nicht, wie das geht. Weil ich natürlich... Okay... Äh... Überhaupt keine... Nein. World. Ähm... Super, ich habe natürlich überhaupt nichts gesehen. Keybindings... Keybindings... Äh... World... Game-Mode... I like tooltips... Nein. Ich will überhaupt nicht haben. Ich hätte gerne... Da... Recep... 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 Good. Usages... U... Äh... Exchantments... Potions... Next-Page... Truggle... Fokus... Sidebar... Gut... Und das... Inventory... Short-Key R... Achso... Ja, stimmt... Ähm... Nein... Das ist jetzt natürlich super gewesen. Tut mir leid... Aber... Ich hoffe, die Aufklammern läuft noch. Ähm... Äh... Es ist einfach nur so genial... So... Ja... Sie läuft noch. Gut... Dann... Dann... Back to me. Äh... Trotzdem synchroniere sie hier. Ich nochmal... Äh... 3... 2... 1... Ja... Das war jetzt sinnvoll. Was soll ich machen? Sind alle noch richtig... Progressiv. Wow... Spinne... Ach, Spinne greift sich hier... Keinen an. Aua! Was hat der denn droppen lassen? Pfeile... Gut... Oh, sieht... Putzig aus! Nein! Ja... So... Wo ist das Dorf? Ich weiß es jetzt natürlich nicht mehr. Die Richtung. Ah... Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Komm, ich hoffe, meine Sachen liegen noch da. Ah, ein Creeper. Äh... Ja... So... Jetzt aber. Hier sind noch Sachen... Da sind noch Pfeile. Gut. Ja... Ich fürchte, ich habe... Mein... Schwert verloren. Das bedeutet jetzt mal schnell Holz abbauen. Oder Stein abbauen. Oh, Holz abbauen ist auch dringend notwendig. Ah... Haller Anfang ist schwer. Nein! Das... Achso, das ist Rubberwood. Das ist... Entweder gut oder schlecht. Ich weiß es jetzt noch nicht ganz genau. Aber ich brauche daraus die Saplings für meine nächsten Projekte. Das weiß ich auf jeden Fall. Das ist hier ein Zepplings. Ja, komm. Das reicht. So, wo muss ich hin? Hier vorne. Ähm... Die nächste Aufnahme wird nicht so chaotisch. Das kann ich euch jetzt schon mal garantieren, weil ich mir dann nochmal die Shortkeys und so weiter alles angucken werde. Und, ähm... Ja. So. Junglewood. Vier Stück. Gut. Und ich werde wahrscheinlich auch zum anderen Text-Jap-Pack wechseln. Äh... Und jetzt habe ich natürlich... Kein Stein für ein Schwert. Und ich habe ja natürlich mein... Ein... Ein... Äh... Auto-Crafting-Table dabei. Oder mein... Pocket-Crafting-Table, den ich jetzt natürlich nicht benutze. Warum, weiß ich nicht. So. Ich glaube, so geht das. Ja. Und... Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Noch eine Spitzhacke und... Eins, zwei und... Oh. So. Und ein Schwert. Schwert kommt auf die Eins. Und... Das kommt da drüber. So. Okay. Kann ich nicht abbauen? Gut. Kann ich abbauen, weiß ich nicht wofür. Magic! Äh... Äh... Order-Shard. Weiß ich auch noch nicht wofür. Kohle! Brauche ich auf jeden Fall. Wäre doof, wenn ich die nicht habe. Äh... Ja. Ich sehe gerade gar nichts. Ich muss auch noch die Brightness hochstellen. Amber kann ich auch nicht abbauen. So, als erstes mal Brightness hochstellen. Dann sieht das auch für euch einigermaßen erträglich aus. Copper Ore kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Aber was ich am meisten brauche, ist im Moment Eisen Ore. Oder Eisen. Eher vielleicht ganz gut, wenn man das irgendwo hätte. Ah! Da unten sieht man auch, wie viele Blöcke man noch mit der Spitzsacke hat. Das ist sehr schön. Muss ich sagen. Also, wie viele Aktionen man damit machen kann. Das ist still das. Oh mein Gott. So...